halli hallo und herzlich willkommen zu den news am heutigen 4 august 2014 ich habe mich entschieden das so zu machen dass nicht auf jeden fall jeden tag in den news kommt sondern nur an tagen wo es halt auch wirklich sinn macht wo wirklich neuigkeiten dann rausgekommen sind die auch wirklich sinn machen dann zu erzählen irgendwelche weil nicht hot fixes und so das will ja eh keiner hören von daher kommt jeden tag in news video sondern nur an tagen wo dann auch wirklich was interessantes bekannt gegeben wurde wir fangen an mit dem release datum beziehungsweise mit dem cinematic von warlords of draenor das wird beides am 14 8 dann vom blizzard gezeigt also da wird der cinematic einmal gezeigt er scheint wohl fertig zu sein und dann wird auch das release datum bekannt gegeben ihr könnt ihr gerne in die kommentare schreiben wann ihr glaubt das wort auf trainer rauskommt ich würde so sagen ende september anfang oktober rum um den drehen vielleicht auch ende oktober aber ich denke mal so um den dreh wird das dann kommen und ich bin schon sehr gespannt auf diesen ja diesen trailer beziehungsweise dieses cinematic dieses intro mal gucken was sie da wieder schönes aus dem hut gezauert haben denn dafür sind sie ja bekannt die jungs und mädels man wird für seine garnison die fraktions wachen wohl anheuern können wenn man dann bestimmt beruf erreicht hat wird es wohl so sein dass man dann zum beispiel allianz diese sturmwind wachen in seine garnison stellen kann beispielsweise finde ich eine nette idee ob das jetzt hundertprozentig so reinkommt weiß ich nicht fände ich aber nett dann hat man so ein bisschen den heimatlichen flair und trotzdem seine eigene garnison da dann gibt es noch was nettes vorerst zu den orcs und zwar wird man da wohl irgendwann mal die körperhaltung ändern können ihr kennt orcs die laufen so ein bisschen buckelig und gebückt mehr oder weniger gebückt will ich jetzt nicht sagen aber die laufen halt nicht kerzen gerade und man wird wohl dann irgendwann auswählen können dass die gerade schön mit erhobenen schultern und so weiter laufen können was wahrscheinlich dann auch nicht nur auf orcs beschränkt bleiben wird ich schätze man wird dann für alle rassen irgendwie dann auch mal andere körperhaltung auswählen können ich finde es ganz cool bringt so ein bisschen mehr ja kann sich jeder seinen charakter noch mal individueller gestalten und so weiter ist eine ganz nette idee wird natürlich nicht zu release fertig werden sondern dann irgendwann hinterher rein gepatcht höchstwahrscheinlich ich weiß auch nichts genaueres ansonsten wäre jetzt durch für heute ich hoffe ihr seid beim nächsten video wieder mit dabei ansonsten gerne mal kommentieren was ihr zu den sachen die ich euch hier gerade erzählt habe denn meint haut da rein bis zum nächsten mal